Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist John Schmidt. Heute ist der zweite Teil von die 10 großen Börsenregeln bzw. Gebote von André Kostolani. Gott sei Dank haben wir auch bei dem zweiten Teil richtig schönes Wetter und ich kann so wie sich gehört im Hawaii-Hemd hier sitzen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Regel 6 und 7 zusammen, weil die überschneiden sich ziemlich, die kann man wirklich zusammenfassen. Einmal die Liste der Werte von Zeit zu Zeit durchschauen und prüfen, welche man jetzt auch kaufen würde. Verkaufen, wenn man sich dessen bewusst wird, dass eine neue Konstellation vorhanden ist. Da muss man wirklich immer mal schauen, weil selbst wenn man alles richtig analysiert hat, kann es einfach sein, dass es große Veränderungen in der Gesamtbranche gegeben hat. Da muss man einmal schauen, erstmal gibt es hier gerade Disruptionen in der Branche. Ein großes Beispiel ist hier das Internet gewesen. Viele Unternehmen sind da einfach zu spät drauf aufgesprungen bzw. selbst wenn sie drauf aufgesprungen sind, haben sie es einfach nicht so richtig geschafft, es auch gut umgesetzt zu bekommen. Ein gutes Beispiel hierfür ist TUI. Anfang der 2000er mag das vielleicht eine super Aktie gewesen sein, aber die sind einfach an ihren Reisebüros kleben geblieben, haben keine vernünftige Online-Präsenz geschaffen und so kommt man halt eben nicht erfolgreich durch die Zukunft. Gerne kann ich ja auch das Beispiel GameStop aufführen. Die sind ja bekannt für ihre ganz vielen Läden. Jetzt vor kurzem waren natürlich viele im Gespräch wegen diesem Short-Squeeze, aber der Short-Squeeze ist auch nur zustande gekommen, weil die Aktie so ein Schrott ist. Die haben halt eben es auch nicht geschafft, eine ordentliche Online-Präsenz hinzubekommen. Und da muss man dann wirklich bei jeder einzelnen Aktie gucken, so alle ein, zwei Jahre würde ich sagen, also man muss jetzt nicht einmal die Woche gucken, aber ab und zu schon, gibt es hier große Veränderungen in der Branche. Ein Beispiel, das mir gerade auch einfallen würde, ist BMW. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade nicht so richtig das Gefühl, dass BMW hier gerade gut unterwegs ist im Bereich der E-Mobilität. Sie kleben hier einfach zu sehr noch an den Verbrennermotoren und gucken nicht so richtig in die Zukunft. Sie denken, da habe ich zumindest das Gefühl noch, dass es noch so 100 Jahre weiter funktioniert. Deshalb wäre für mich BMW zum Beispiel so eine Aktie, die vor zehn Jahren super gewesen sein kann, aber heute bei mir aus dem Depot rausfliegen würde. Es gibt nun mal manchmal einfach Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche, die dazu führen können, dass eine Aktie, die ich jetzt super finde, in ein paar Jahren absolut nicht mehr kaufenswert ist. Und da muss man dann, finde ich, auch ganz knallhart sein und diese Aktie aus dem Depot rausschmeißen. Ein aktuelles Beispiel wäre für mich auch die Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia. Es ist nun mal einfach Fakt, dass 70 bis 80 Prozent der großen Übernahme scheitern. Da gibt es auch zahlreiche Studien von anerkannten Universitäten. Man stellt es auch selber immer wieder fest. Meistens wird dabei einfach jede Menge Börsenwert vernichtet. Ich rede hierbei wohlgemerkt von großen Übernahmen. Ich rede hier nicht davon, dass man irgendeine kleine Technologie-Schmiede übernimmt. Das absolut nicht. Das kann Sinn machen. Aber diese großen Übernahmen scheitern nun mal meistens, so wie das jetzt auch bei Bayer der Fall gewesen ist. Deshalb ist das auch bei mir ein Punkt, wo ich sage, okay, die Aktie passt ins Depot einfach nicht mehr rein. Da kann man jetzt natürlich sagen, mit Buy and Hold Till You're Old hat das absolut überhaupt nichts zu tun. Da sage ich, ja, das stimmt, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin auch kein Fan von Buy and Hold Till You're Old. Da wird immer gesagt, ja, der Warren Buffett und so, die machen das ja alle so. Das stimmt gar nicht. Der Warren Buffett, der verkauft auch ab und zu Aktien, wenn er merkt, da ist irgendetwas im Unternehmen oder in der Branche, was ihm nicht mehr passt. Auch Aktien mit Kopf zum Beispiel, der früher immer diese T-Shirts verkauft hat, Buy and Hold Till You're Old. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht. Der macht das ja selber nicht. Wenn der merkt, dem Unternehmen hier gefällt mir irgendwas nicht, dann fliegt die Aktie bei ihm auch aus dem Depot raus. Das Buy and Hold Till You're Old Prinzip macht in meinen Augen nur bei ETFs Sinn und das auch nur bei einem ausgewogenen Welt-ETF-Portfolio. Da kann man wirklich sagen, okay, langfristig gesehen werden die Gesamtmärkte immer weiter steigen. Von daher ist es da wirklich am sinnvollsten, einfach dabei zu bleiben. Doch bei Einzelaktien macht es in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Manche Leute sehen diese zwei Regeln so ein bisschen im Widerspruch zu Kostolanis wohl bekanntestem Zitat, nämlich Qualitätsaktien kaufen, Schlaftabletten nehmen und später wird man angenehme Überraschungen erleben. Die meisten Leute, die das missverstehen, haben allerdings sich Kostolanis Bücher nie richtig durchgelesen. Kostolani hätte damit keineswegs gemeint, dass man sich einfach Aktien kaufen soll und dann für immer und alle Zeiten im Depot lassen soll, sondern er hat gemeint, dass man sich von diesen kleineren Unruhen an der Börse nicht aus der Fassung lassen bringen soll. Nicht bei jeder kleinsten Negativmeldung sofort einmal alles verkaufen und über Bord werfen. Das passiert ja ganz oft. Es gibt so kleine Negativmeldungen, die im Prinzip an der Gesamtidee vom Investment überhaupt nichts ändern. Alle Leute fallen sofort in Panik, die Aktie fällt um 20-30% und dann hat man eben seine Aktien verkauft und in einem halben Jahr stehen sie wieder auf Allzeithoch. Ein gutes Beispiel sind hier für mich Alibaba, JD.com und Tencent. Da haben wir diese Situation nämlich gerade. Da gab es einige Negativmeldungen, doch die Gesamtidee hinter dem Investment stimmt nach wie vor. Da läuft alles richtig rund. Gute Wachstumszahlen, tiefe Bordgräben, alles ist im Prinzip super, nur die Psychologie ist gerade negativ. Sowas muss man einfach aushalten können. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt in ein paar Jahren weiter ist, dann wird man sehen, dass diese drei Aktien Top-Performances hingelegt haben und man sich hier gewaltig ärgert, wenn man Tencent, Alibaba oder JD.com jetzt während dieser Negativphase verkauft hat. Ein anderes gutes Beispiel ist die Corona-Krise. Da hatten auch alle so Panik, dass jetzt die Weltwirtschaft komplett vor dem Abgrund steht und der DAX wird noch auf 5.000 runtergehen, haben ganz viele Crash-Propheten erzählt. Das ist alles nicht passiert. Einfach mal cool bleiben, dabei bleiben und sich fragen, ist hier wirklich langfristig etwas nachhaltig verändert oder ist es hier nur so eine ganz kurzfristige Unruhe, die in zwei, drei, vier, fünf Jahren schon wieder jeder komplett vergessen hat. Jetzt machen wir weiter mit Regel Nummer 8. Das ist übrigens der perfekte Zeitpunkt für dich, um zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Regel Nummer 8 lautet, nur dann kaufen, wenn man eine große Fantasie darin sieht. Mit großer Fantasie meint André Costolani, das hat er einmal in einem seiner Bücher geschildert, mindestens eine Kursverdoppelung. Also kaufe nur eine Aktie, wenn du davon ausgehst, dass sich der Kurs mindestens verdoppeln wird. Ich richte mich sehr streng danach. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendeine Aktie so 20, 30 Prozent steigen wird und dann kaufe ich die, sondern ich kaufe wirklich nur Aktien, wenn ich davon ausgehe, dass sie sich mindestens verdoppelt, eher sogar für zwei, drei, vier oder sogar für zehnfacht. Ansonsten denkt man auch einfach nicht langfristig genug. Ich glaube genau, das ist der große Winner von dieser Regel. Diese Regel bringt die Leute wirklich dazu, langfristig zu denken und nicht immer nur für so von Monat zu Monat. Viele privat spekulanten Investoren, Börsianer würde ich sie mal nennen, die tendieren ja dazu, jede Aktie direkt, sobald sie 10 Prozent im Plus ist, wieder zu verkaufen. Aber wenn eine Aktie mal 30, 40 Prozent im Minus ist, dann halten sie natürlich. Dann ist das jetzt nicht mehr eine clevere Spekulation, sondern aus dieser cleveren Spekulation ist ein langfristiges Investment geworden. Das kann man ganz häufig beobachten. Wenn Leute dann kräftig im Minus sind, dann reden sie von einem langfristigen Investment, aber wenn eine Aktie mal 10 Prozent im Plus ist, dann ist sie sofort weg. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich dämlich. Das sind dann kleine Gewinne und große Verluste. Das ist ein ziemlich schlechtes Chancen-Risiko-Verhältnis. Von daher ist auch mein Tipp wirklich nur kaufen, wenn man da große Chancen, große Möglichkeiten drin sieht. Nun geht es weiter mit Regel Nummer 9. Alle Risiken sogar die unwahrscheinlichsten ins Kalkül ziehen. Das finde ich auch ziemlich wichtig, weil man tendiert immer dazu ein bisschen so, bei seinen Lieblingsunternehmen nur die Chancen zu sehen und die Risiken komplett auszublenden. Klar, es gibt bei allen Aktien Risiken. Das ist nun mal so. Es gibt keine Aktie ohne Risiko. Und wenn es das Kursrisiko ist, irgendein Risiko hat man immer. Doch man muss sie nun mal kennen und auch ehrlich zu sich selber sein und sich dann jetzt nicht in die eigene Tasche reinlügen. Jetzt machen wir weiter mit der letzten Regel Nummer 10. Demütig bleiben, auch wenn man recht bekommen hat. Wer kennt das nicht, wenn man da vor seinem Taschenrechner sitzt, jetzt mache ich es natürlich nicht mehr, aber früher vielleicht schon mal und sich überlegt, okay, wenn jetzt jede Börsewoche so gut laufen würde, wie diese jetzt gelaufen ist, bum 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 bum, dann hat man ja in zwei Jahren eigentlich die ganze Welt in seinem Besitz. Das ist natürlich eine absolute Milchmädchenrechnung. Man muss sich einfach immer wieder bewusst machen, die Börse steigt langfristig gesehen 8 bis 10 Prozent pro Jahr. Man kann auch ein bisschen besser performen, das geht alles. Doch wenn man mal so eine Aktie erwischt, die sich innerhalb von zwei bis drei Monaten verdoppelt oder zumindest 50 bis 60 Prozent macht, dann hat das jetzt nicht einfach nur daran gelegen, dass man ja cleverst ist und alles besser weiß als die anderen Leute, sondern man hat auch einfach ein bisschen Glück gehabt. Wenn man da die komplette Demut verliert, dann neigt man vor allem dazu, bei künftigen Analysen sämtliche Risiken auszublenden, weil man denkt, man ist ja sowieso der größte Checker, der alles besser weiß. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist, glaube ich, so ziemlich jedem schon mal passiert. Da gibt es, glaube ich, fast überhaupt gar keine Ausnahmen. Selbst einem Warren Buffett oder so wird das bestimmt mal passiert sein. Das waren die zehn Regeln von Andrej Kostolanyi. Das reicht allerdings für euch nicht. Ihr müsst euch unbedingt ein Buch von ihm durchlesen. Ich empfehle euch, wie gesagt, die Kunst über Geld nachzudenken. Falls ihr zu voll für Bücher seid, das gibt es auch als Hörbuch auf Audible. Das ist wirklich ein absolutes Muss für jeden, der sich für die Börse interessiert und auch eigentlich für jeden, der sich nicht für die Börse interessiert, ist es einfach eine spannende Lektüre. So, unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Ich genieße es noch ein bisschen, den schönen Tag. Macht das am besten auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.